hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fortnite shop vorab nur kurze information im item shop gibt es jetzt für null wie bugs das vulkan assassin im auftragspaket wollte euch nur gesagt haben könnt ihr euch holen dazu gibt es glaube ich aufgaben mit das richtig mitgekriegt habe genau schließt die vulkan assassinie paketaufträge ab um das outfit tectonic komplex freizuschalten ok gucken uns einmal an was haben denn dafür aufgaben da ist es setzte gebäude in brand überlebte sturmphasen für gegner schaden zu das sollte machbar sein kein thema denn mal los der shop braucht noch im moment ich habe das nur schon mal vorab aufgenommen dann ist nachher so ein paar stündchen später und jetzt gehen wir mal in den shop hinein und schauen was denn da neues gekommen ist ok fangen wir mal ganz unten an master chief das in dem paket habe ich euch ja vorne eingeblendet das habe ich schon aufgenommen master chief ist auch dabei hobo kopf der omega knight und jetzt geht's los von unten heute an und gehen nach oben noch nie gemacht machen wir mal heute so da fangen euch den täglichen an da haben wir einmal den schneid der ist nach 36 tagen zurück dann haben wir flytrap nach 183 tagen zurück für 2000 wibach sind schon teurer skin aber ganz leistungs muss ich sagen kapitel 2 ist diese vier ok dann haben wir team bürger klar konnte das wieder auf uns zu das haben wir noch team tomate also die beiden die mode sind nach 55 tagen zurück und pumpernickel nach 66 dann haben wir die t pose nach 68 tagen und dann gehen wir einen höher da haben wir die vorgestellten einmal fluff fluff ist nach 42 tagen zurück hier mit back blink auch in süß ausgehen dann haben wir kuschel kumpel der ist nach 42 tagen auch zurück das fürstliche zepter ebenfalls dann haben wir as modus der ist nach 43 tagen zurück hat hier das okular als back blink den besitze ich sogar ok könnte ich ja mal spielen dann haben wir kalisto hier mit back blink die ist nach 43 tagen zurück dann haben wir noch die doppelschläger auch nach 43 tagen zurück und fledermaus sieht und gleiter auch nach 43 tagen zurück und dann gehen wir nach ganz oben und sehen da haben das paket angekündigt ja mal mit dem skin versteht denn da lasse den tech rückenschild die alitech plasma schwingen erzeugen wenn du beides ausgerüstet hast welt verschiedene lichtfarben aus schalte das licht ein oder aus ok hier kommen es die ganzen verschiedenen stile voll cool da haben wir den rückenschild lasst mal schwingen als kleider auch ganz nett alitech starb jetzt mal anhören wieder klingt ok wir haben das emote und noch eine lackierung gefällt mir auch 24 alles klar nehmen wir mit könnten eigentlich schon ausrüsten machen wir mal so und dann gucken wir was haben wir noch dann gibt es dann das einzel die axt das blaue ja das war mit dem shop für heute heute mal andersrum gemacht ich wünsche euch alle einen schönen freitag kommt mir gut ins wochenende und wir sehen uns morgen nacht wieder mal hallo bis und bis zum nächsten mal tschau eure fern